ARD Text im Auftrag von Funk es hat geklappt du Spinner ich hab die Kamera drückt ich hab die Schaft tippen durch du Spinner ich hab die Kamera drückt durch die Mitte hahaha du hast du eingewertet gelandet gelandet bist du eben gerade wirklich durch die Rücke flog? das habe ich nicht richtig gesehen warte dann speichere ich das an warte jetzt steht der Bomber hier naja ich seh nicht wie lange ich das habe ich doch ich mach jetzt mein Flieger weg aber es ist einfacher damit auch